Du bist also bereit, diese harte Wahrheit, die hinter einer guten Rhetorik steht, zu vertragen? Du bist bereit, dir anzuhören, worum es geht? Finde ich gut. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen hier in meinem Video auf meinem Kanal Genial Reden. Und die harte Wahrheit hinter einer guten Rhetorik ist, sage ich dir gleich. Stell dir einfach vor, du bist in einer Situation, in der du merkst, irgendwie komme ich hier nicht weiter. Das ist ein Bewerbungsgespräch, das ist ein Jahresgespräch. Du bist mit deiner Partnerin, mit deinem Partner im Gespräch und irgendwie merkst du das, komme ich nicht weiter. Irgendwie ist es komisch und wir kommen immer wieder in Streit und ich kriege meine Sachen nicht durchgesetzt. Und an der Stelle sage ich dir, ja, da brauchst du Rhetorik. An der Stelle brauchst du Mut, Rhetorik und Durchsetzungskraft. Drei Dinge, Mut, Rhetorik und Durchsetzungskraft. Den Mut, den kannst du dir selbst antrainieren. Den Mut, Chef an der Stelle, das passt mir nicht. Chef an der Stelle, möchte ich das nicht. Und dann kann man diskutieren. Die Rhetorik kannst du dir antrainieren. Ja, das geht. Die Durchsetzungskraft, und jetzt Achtung, die kommt von alleine. Weil wenn du mutig bist, wenn du eine gute Rhetorik hast, wirst du dich automatisch durchsetzen. So, und die harte Wahrheit habe ich dir immer noch nicht genannt. Kommt gleich, ich habe einen ganz kleinen Moment noch Geduld. Wenn du jetzt sagst, ich möchte in die Richtung weitergehen, dann kannst du erst mal mutig sein, indem du überhaupt erst mal anfängst und sagen, nein, das passt mir nicht. Nein, das möchte ich nicht. Alleine das zu machen, hebt dich von 90 Prozent der Bevölkerung ab. Dass jemand sagt, nein, das passt mir nicht. Das ist etwas, das ist äußerst selten. Und das ist etwas, was du, ja, nicht so oft merkst, merkst, erfährst. Und dann kommt es. Damit deine Rhetorik gut wird. Dafür brauchst du, und das ist die harte Wahrheit, Jahre. Du kannst Seminare machen. Du kannst Online-Kurse machen. Du kannst Coaching machen. Und da wirst du sehr schnell vorankommen. Aber damit sich das bei dir wirklich, damit das in Fleisch und Blut übergeht, brauchst du einfach eine gewisse Zeit. Und wenn dir jemand sagt, du schaffst das hier in Tagen oder kommen drei Tage vorbei, dann sage ich, ja, du verbesserst dich um 5 Prozent, um 10 Prozent, um 20 Prozent. Und garantiert, das verspreche auch ich dir, du verbesserst dich garantiert. Aber dann geht es rein in die Umsetzung. Immer wieder, immer wieder, immer wieder die neuen Sachen machen. Immer wieder die neuen Dinge wirklich umsetzen, damit es in Fleisch und Blut übergeht. Da gibt es so Kleinigkeiten. Wie arbeitest du mit deiner Stimme? Wie arbeitest du mit deiner Gestik? All das muss in Fleisch und Blut übergehen. Du fällst sonst in alte Muster zurück. Und wenn du hier gute Redner siehst, wenn du gute Redner auf Bühnen siehst, dann sind die nicht von heute auf morgen gut geworden, sondern dann sind die über Monate und Jahre zu diesem Stand, auf dem sie heute sind, gegangen. Manchen fällt es leichter, manchen fällt es schwerer. Aber du musst diesen Weg über Monate, über Jahre gehen. Du machst ein Coaching? Wunderbar. Danach geht es in die Umsetzung. Du machst ein Folge-Coaching? Wunderbar. Danach geht es in die Umsetzung. Du liest ein Buch? Du machst einen Online-Kurs? Einwandfrei. Das ist alles richtig. Aber geh diesen Weg. Nimm doch mal, weiß ich nicht, einen Gewichtheber, einen Sportler, einen Fußballer, einen Volleyballer. Die fangen auch jeden Tag mit den Grundlagen an und bauen immer mehr ein, bauen immer mehr ein, bis sie oben angekommen sind. Der Novak Djokovic, der macht jeden Tag, weiß ich nicht, 200 Mal die Vorhand, 200 Mal die Rückhand, immer wieder die Grundlagen und dann werden neue Dinge geübt. Und die harte Wahrheit in deiner guten Rhetorik ist, dass das nicht von heute auf morgen erlernbar ist, sondern es geht um ein Jahr, um zwei Jahre, möglicherweise um fünf Jahre. Aber wenn du das durchgestanden bist oder durchgestanden hast, dann wirst du merken, du kannst dich durchsetzen, du bist mutig und du hast Durchsetzungskraft, weil du einfach an dir gearbeitet hast. Und wenn du sagst, na, hört sich gut an, dann fang jetzt mit dem ersten Schritt an. Unten drunter ist ein Online-Kurs. Dieser Online-Kurs ist Präsentieren sicher und souverän. Wenn du sagst, ja, damit möchte ich beginnen, dann fang an. Das wird dir helfen, dass du schon morgen, übermorgen deine Präsentation ein bisschen besser machst und ein bisschen besser vor Publikum redest. Und der nächste Schritt könnte sein, dass du das 6-Wochen-Redner-Coaching machst. Ist übrigens auch unten drunter, gut beschrieben, sodass du weißt, was du da bekommst. Dieses Coaching hilft dir, und ja, 6 Wochen, dieses Coaching hilft dir, in 6 Wochen eine Flughöhe zu bekommen, dass du schon besser bist als 90% aller Redner. Versprechen, Garantie, hast du dabei. Und damit wirst du einfach eins erreichen. Du wirst mehr schaffen, du wirst besser vorwärtskommen und du wirst einfach, ja, durchsetzungskräftiger. Und wenn das für dich interessant ist, einfach draufklicken. Ruf mich an, schreib mich an. Und ich freue mich drauf, wenn wir ins Gespräch kommen, damit wir gemeinsam schauen können, was für dich der richtige und beste Weg ist. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag. Hab eine gute Zeit und bis dann. Bis dann. Vielen Dank.